Musik 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 Schnellen, auf! Eerenkompanie, wüßen! Nachblick, wüßen! Eerenkompanie, abschläge! Eerenkompanie, bei Fuß! Eerenkompanie, rechts durch euch! Nachblick, wüßen! Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Hause bei der München, mein Name ist Hauptmann, Begabar Schworren, und ich darf Sie seitens der Garde, wenn ich erst jetzt in der Maria Tarek so gerne begrüßen müsste. Der Traditionsvertrag der Garde mit Angehörungen und Übergabe des Kinder-Officeers-Selius. Kommandiert wird der Festakt vom Hauptmann Michael Meier vom Kommando der Garde. Es werden heute insgesamt 230 Sekunden der 12-Garde-Komponien des Eindrückungstermins Mai 2021 angelogen. Die Übergabe an den Unser-Officeers-Selius steht an den höheren Höhen des heutigen Tages dar und unterschreift die Bedeutung des Unser-Officeers-Sorts im Bereich der Garde. Im Anschluss sprechen wir in die Präsidentschaftskanzlei zum Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, der in der letzten Woche den Unteroffiziers-Selius den Garde-Kommandanten überreicht hat. Das Ganze ab Acht Ehre-Komponien Schulter Ehre-Komponien präsentiert Das Ganze recht Schock Herr General, Hauptmann Meier meldet. Eine Ehrenkompanie Ab Ordnungen der Garde sowie 215 anzugelobene Rekruten zum Traditionstag und zur feierlichen Angelobung angetreten. Danke Herr Hausmann. Mit dem Festakt beginnen. Mit dem Festakt beginnen. Der Spknacker Olli Azt Eft Ta Musik 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 Schul-Kampf! E-R-E-Company! Fressen! Hier! Flacke! Hissen! Das Ganze! Drei! Schau! Z will Allah für seine Seite benötet den Kalann Nachw Professional vol. Langanschensvoll Rastortㅠㅠ schon mal noch ganz toll! Das Ganze, ab, auf! Ere-Komponist, Schul-Köp! Ere-Komponist, Ball-Hut! Ere-Komponist, Ball-Hut! Ere-Komponist, Ball-Hut! Wir erbitten vielmehr das dugendhafte Ideal für unsere geschätzten Kameraden, die Unteroffiziere, die diese Säbel dann auch tragen werden. Ich darf besonders Ihnen, werte Kameraden, die Sie heute angelobt werden, einladen, einzutauchen in diese militärische Tradition. Das brauchtum auch der Garde. Lernen Sie in den kommenden Wochen und Monaten auch daraus zu leben. Leben Sie es, nehmen Sie sich auch etwas mit für weiteres Leben. Leben Sie die Kameradschaft. In diesem Sinne segne Sie Gott. Leben Sie die Kameraden, die Sie in der Mitte übernehmen, die du fixierst die Säbel. Geilande. Das war's. 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 Was kommt hier. Parade, gut. Das Ganze, hart, achten. Eriks-Hoppen, schul-tatt. Eriks-Hoppen, fressen, hier. Das Ganze, rechts, top. Herr General, Hauptmann Mayer meldet die Beendigung des Traditionstages und der feierlichen Angelobung und bittet um weitere Befehle. Danke, Hauptmann, für den würdigen Freitag. Abbrücken. Abbrücken. Das Ganze, hart, achten. Eriks-Hoppen, schul-tatt. Eriks-Hoppen, Kamerad, übernehmen. Abbrücken. Übernehmen. Abbrücken. Erin, Koppelig, mein Commander. Erin, Koppelig, recht. 1, 2, 3, 2 und Ehrenkompagnie, mit Musik, im Schritt March! Musik Musik Musik